hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten vlog auf meinem youtube channel mein thema ist natürlich mein eigenes bilderbuch wo ich vor ein paar wochen schon mal ein szenenbild auf meinem ipad gezeichnet habe um euch das schon mal zu zeigen was ich so für eine grobe idee habe beziehungsweise was so ungefähr so meine erste idee verein ja für ein bild war für eine szenerie und ich habe nun einige konzept zeichnungen fertiggestellt wieso die grobe geschichte in bildern ablaufen soll und die möchte ich euch jetzt mal stück für stück zeigen wie ihr nun auf dem ersten szenenbild erkennen könnt ist es ähnlich mit dem was ich schon vorher einmal gezeichnet hatte es ist halt die anfangsszenerie mit dem kind im bett und natürlich ist der hintergrund und sowas noch nicht gemacht aber darum geht es auch nicht geht erstmal grob darum was wichtig ist was im bild enthalten ist so jetzt kommen wir natürlich zum zweiten bild hier betritt der vater das szenenbild und hört dem kind zu was es zu erzählen hat im dritten bild sieht man natürlich nun wie das kind seinen traum dem vater schildert und wovor es alles angst hat das nächste bild ist natürlich jetzt ein nahtloser übergang das kind schläft sehr unruhig und träumt natürlich schlecht versucht aber die hinweise seines vaters bzw die ratschläge seines vaters umzusetzen in diesem nächsten bild begegnet er jetzt dem ersten hier stellt sich jetzt der dino dem kind vor und dass es gar keine angst haben braucht vor ihm da es eigentlich ein tier und ein guter freund sein kann das nächste szenenbild beschreibt nun die begegnung des dinos und des kindes mit einem weiteren die danach folgt dann die nächste begegnung mit einem weiteren dino im anschluss daran erklärt natürlich dann wieder der große dino was es mit dem neu gefundenen neuen neu entdeckten die nur zu tun hat und dass auch hier wieder keine angst davor haben braucht wie könnte es anders sein hier folgt natürlich dann schon die nächste begegnung mit einem weiteren dino und wieder einmal im anschluss erklärt dann der tyrannosaurus der große dino was es mit diesen neuen decken die nun wieder auf sich hat nun folgt dann die binung dem letzten dino der hinter einer hecke sich versteckt hält so sieht es jedenfalls auch wahrscheinlich aus aber wenn man genauer hinschaut schläft er ja nur ja und hier im nächsten bild sieht man jetzt wie der dino dem kind noch ein paar ratschläge und tipps gibt und die noch mal erklärt wie das so mit den träumen funktioniert hier sieht man nun wie sich der tyrannosaurus so langsam in den vater des jungen verwandelt und hier im letzten bild sieht man nun wie der kleine junge zufrieden in seinem bett schläft so zum abschluss noch mal einmal kurz noch ein überblick ich werde jetzt die nächsten wochen so ich versuche es wöchentlich hinzukriegen einmal ein kleines update zu posten in form eines vlogs wieder wie es momentan mit dem aktuellen stand des bilderbuchs aussieht so dass man halt stück für stück verfolgen kann wie sich dieses bilderbuch entwickelt und wie es halt mehr und mehr gestalt annimmt und bis ich dann hoffentlich also mein plan ist bisher es bis weihnachten fertig zu kriegen bekommen meine ich so dass man weihnachten dann die premiere des bilderbuchs hat von daher vielen dank fürs zuhören und ich wünsche euch noch eine schöne woche und bis zum nächsten mal euer diesel bis zum nächsten mal